cool missouri der moment wenn mich der streamer gebetet ja ich habe mich ja selber gebetet gib mir ari los also eigentlich könnte ich mich jetzt drüber freuen aber ich wollte aria aber ich will den champion ari haben ari nicht lux und auch nicht ultimate oder so jetzt direkt so das ist bam perfekt so let's go leute jetzt geht's los kann das denken das bestimmt so raka mit lane so der leider und er kommt jetzt gleich für die trades und dann krieg er ab hier Hanker mit landet wir waren zu eins aber spiele menschen ist genauso gut wie silber geht die auch nicht die hast du schlecht. Wobei, dein Dia ist ja wie Platin 5 MMR. Von daher geht das eigentlich noch. So, Leute. Ich werde euch jetzt etwas zeigen, was ihr noch nie gesehen habt. Noch nie. Zumindest noch nicht so. Ne? Hier. Das ist mein Account. Platino 5. Minus 100 Leakpunkte. Ja, ihr seht richtig. Minus freaking 100. Das ist das absolute Maximum. Mehr Minus geht nicht. Also ich hab's versucht. Also ich hab versucht, noch tiefer zu droppen, aber das ist das absolute Minimum. Das müssen wir jetzt heute wegspielen, Leute. Die Minus 100 Leakpunkte. Na? Ohne den Timo Furo. Er ist ja bald wieder Weihnachten. Dann gibt's noch den Timo Furo wieder, Leute. So, ganz kurz weg. Bisher ist das Headset, aber ich cool. Ich komm mir vor wie so in so einem Studio. Oh, so beautiful. Oh, so beautiful. Oh, yeah. Ja, trifft den Beat, okay. Oh, yeah. So beautiful. Oh, oh, oh. The world is dying tonight on the tomorrow land. Oh, oh. Okay. Wirk uns weg, ich gleich. Let's gehen. Stun QW. Okay. Alter, ist sie irgendwie über strong. Also okay, sie hat übel vier Tech Speed gehabt, aber... Aber okay, das... Das hab ich... Damit hab ich... 100... Ich dachte, so Kalister im Early Game macht mit der E0 Damage. Wobei ich hab... Die Widersperre hab ich abbekommen, bestimmt so 6-7 Stück, oder? Und ich glaube, ich hätte mein Spellschild drauf, ne? Und dadurch sah das aus, als hätte ich mehr AP. Ich glaube, das sind alles Faktoren, die damit reingerechnet würden. Das ist ein Fall für... Mathe, Mann. Mathe, Mann. Oh, Xen ist wieder da. Wahnsinn. Alter, der Heal, der ist doch broken, Leute. So, jetzt holen wir uns Quinn. Jetzt getten wir sie. Jetzt getten wir sie. Jetzt getten wir sie. Jetzt getten wir sie. Jaaaaaa... Okay. Wir haben halt Vayne. Und mit Vayne kannst du halt alles gewinnen, ne? Deswegen ist das gar kein Problem. Ich hab jetzt auch euch mal andere Musiker gemacht, damit ihr diese Reudenmusik nicht mehr tragen müsst. Ja, das ist nett. Also Minion Farm geht. Zaden Impact, meine Freunde. Also Impact ist hier wirklich das richtige Wort. Zwei. Zaden Impact 2. Nice. So, wir gönnen uns jetzt lecker was von unserem Mango-Zeug. Wir haben auch schon unsere Verwandlung. Gönnen uns Ninja Death. Gönnen uns Schuhe, äh, Damage. Naja, Kontroll-Word. Bisher sind wir ganz gut an Feier eigentlich, Leute. Feuer ist da. Kommt bald ein Teekochtutorial. Ja, sehr bald. Man riecht halt dieses, ich stehe nicht auf Mango, sondern man riecht dieses orientalisch, dieses exotische, dieses, ah, das geht so richtig. Ah. Oh, direkt Elo gewonnen. Puh. Lecker Schmecker. Lecker. Ja, das war nicht das Lied, was ich suche. What the fuck. Irgendwie, kennt ihr das auf YouTube? Das ist aktuell Übelback. Da steht ein Titel. Zum Beispiel, Große Ärsche am Strand. Wo ihr draufgeklickt habt. Aber es läuft ein ganz anderes Video. Zum Beispiel, Große Ärsche in der Stadt. So, kennt ihr? Kennt ihr, kennt ihr, kennt ihr? Voll komisch. Ich, ich, klar habe ich auch keinen Damage mehr gemacht. Ich bin immer instant gestorben, habe immer nur Türme angegriffen und bin immer nur instant gestorben. Bist du ein KDA-Spieler oder ist jemand, der versucht, alleine zu carry? Mrs. Pflanze. Ich habe 149.000 Millionen mal gefragt, zu groupen. Aber du gehst top lane und pflanzt dort pflanzen. Later. Ich komme, Bros. Ich bin fast da. Ähm. Ich wollte eigentlich nur gucken, wie weit es geht und nicht was anderes wollte ich eigentlich gar nicht. Du müsstest halt zu mir kommen. Ja, so. Okay. Oh, nö. Bitte nicht. Geht, bis es irgendwann ging. Kann auch 2, 1, 2, 2, 1 sein. oder 1. Keine Ahnung. Ist komplett GG. AD Carry. Wir fragen erst mal. Hi, guys. Mit my very best. Ähm. I wanna be I wanna be the very best mid lane I can rest to show my best the world come for me Pokemon mid please. So. Full damage Hekarim. Ich habe gesagt, Zyra macht den meisten Damage. Ist so. Weil sie macht halt auch AOE Damage. Full Damage Hekarim. Hekarim. Full Damage. Ich reporte jetzt erst mal Weiger. Dafür, dass er Weiger und Malz an einem Team. Ganz ehrlich. Playing Weiger Noob Doof Und dumm Selber Schuld Blödmann. Schreibt mal Blödmann Doppel N Ja. Er auch. So. Ähm. Okay, dann machen wir jetzt Champion raten kurz. So Leute, ich suche jetzt einen Champion. Dieser ungehobelte Nachbar. Mal ehrlich. Ähm. Und zwar. Es ist ein Champion, der hat Flügel. Dadadad. Ich hole mir mal schnell mein zweites Toast. Wenn das so kommt. Oh, ich habe noch so ein Nick ans Eis im Kühlschrank. Ja. Ja. So, wir lassen einfach Timo da. Timo the best, Leute. Timo still the best. Frage ist jetzt. Wir müssen jetzt wirklich schauen, was wir spielen. Nicht, dass gleich wieder dieselbe Kacke passiert. Ich bin wirklich unverzeihlich. Lee Sin. Adi K. Auf K. I Auf K2. Ganz ehrlich? Wir gucken mal, was passiert. Soll ich mal gucken, was passiert? Wir gucken mal, was passiert. Ich glaube, ich kann gleich wahrscheinlich dodgen. Oh, 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 oh. Sorry. Didn't see. You wanna play him? Really sorry. Really. Very, very, really. Very, very, really. Hey, Burger. Und wenn du nicht so Hunger hast, dann kannst du klar denken, dann bist du so... Das ist halt, man kann so sagen, pass auf, jetzt kommt die Erklärung. Wenn du richtig geil bist, dann denkst du auch so, boah, die ist so geil, ne? Und wenn du dann aber klar im Kopf bist, dann denkst du dir so, mhm, mhm. Und so ist das beim Burgern auch, ne? Wenn du richtig Hunger hast, dann denkst du, boah! Naja, aber wenn du nicht so richtig Hunger hast, dann kannst du sagen, der Burger ist zwar nicht bad, aber ich weiß, dass es mir danach immer so mhm geht und deswegen nicht. Kein Hate, aber man sieht es auch an deiner Haut, weil ich rot werde, oder was? Ist Mayonnaise auch ein Instrument? Nein, Patrick, Mayonnaise ist kein Instrument. Ja, ist ja auch kein Hate, das ist ja an der Feststellung. Meerrettich ist auch kein Instrument. Das gleiche ich bei mir. Also ich hab halt jetzt mal zum Beispiel, ich hab immer diesen Heißung auf Pommes, ne? Der ist immer da. Und dann denk ich mir, ja, Pommes. Und dann nach dem Pommes denk ich mir so, äh, hättest du mal keine Pommes. Aber beim nächsten Mal in drei Wochen wieder. Ja, Pommes, ne? Und ich hab mir überlegt, wenn ich mal so einen Zettel mach, so von wegen Pommes, nee. Und dann so, ja, guck, dann denk ich mir so, oh, Pommes. Und dann steht da so, Pommes, nee. Weiß ich nicht. Tanzt. Die töd ich, Alter. Komm her. Jetzt sind wir richtig babobos, Leute. Wir haben den übelsten Todes, Tonnen Damage. Bitch. Ah, okay, das wird ein bisschen räudig. Bitte nicht, dodge. Ah, okay. Aber wir haben sie geledet. So. Ja, wir haben hier gezeigt, wer hier der Boss ist. Hallo, da. Nein, der Flash. Ah, ich hab ihn gekillt. Aber bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Mach deinen Miau woanders hin. Ja, schön. Ich hab keine Sitz bekommen. Ja, Outplate. Der einzige Grund, warum ich ihn gekillt habe, ist, dass ich diese Items gekauft habe, die ich gekauft habe. Wär ich für Potobald gegangen, wär ich tot. Die sind ja noch gestorben an Minion Damage. So. Wir könnten halt auch für Sonja's direkt gehen, aber ich glaube, das tun wir nicht. Mach deinen Miau woanders hin. Das ist ja noch gestorben. 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 Das ist ja noch gestorben.